Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir möchten heute Boeuf Bourguignon kochen. Das ist ein sehr klassisches Gericht aus der französischen Küche. Und ja, ich liebe so eine klassischen Gerichte. Was wir dafür brauchen, ist auf jeden Fall unser Fleisch. Und da habe ich hier Rindfleisch aus der Unterschale, aus der Keule also. Und wir brauchen dazu auch ein bisschen Rotwein, Speck, Zwiebeln, ein paar Karotten, Thymian, Lorbeeren, Tomatenmark und Champignons. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Und heute wird es auf jeden Fall wieder ziemlich lecker werden. Für unser Boeuf Bourguignon sind wir jetzt zu unserem tollen Topf hier gewandert. Und ja, dieser gusseisene Topf ist eigentlich perfekt dafür, weil wir müssen unser Fleisch richtig scharf anbraten. Und dafür kommt jetzt auf jeden Fall erstmal Speiseöl hier rein. Kein Olivenöl, weil das würde verbrennen. Und das lassen wir jetzt ordentlich heiß werden. Und dann kommt da gleich unser Fleisch rein. So, es geht los. Unser Fleisch kommt jetzt hier in diesen Topf. Und ihr seht, ich habe das Fleisch auch nicht zu klein geschnitten. Das dürfen wirklich große Stücke sein. Und jetzt werden wir das richtig schön farb anbraten. Ich hoffe, man hört es nicht noch. Ich kann es noch sehen und hören. Nicht wirklich schön scharf angebraten werden, damit das ganz tolle Rissaromen entwickelt. Ich habe jetzt noch Karotten dazugegeben. Zwei Stück. Die braten wir jetzt auch noch mit an. Und dann geht es gleich weiter. Bei diesem Gericht werden wir jetzt Mehl über unser Fleisch geben. Und dadurch entsteht schon mal der Anfang einer tollen Soße, würde ich mal sagen. Und das Ganze wird auch gebunden. Und dafür mache ich jetzt zwei Esslöffel Mehl über mein Fleisch. Das Ganze rüben wir jetzt wieder schön um. Das wird richtig lecker. Wir geben jetzt zwei Esslöffel Tomaten auch noch dazu. Und wirzen das Ganze auch mit Pfeffer und mit Reis natürlich. Da habe ich hier wieder eine Zwiebel mehr Salz. So. Jetzt kommen die Zwiebeln noch dazu. Da habe ich hier vier Stück geschnitten. So. Und zwei Lorbeerblätter. So. Und Thymian kommt dann noch rein. So. Das Ganze rühren wir jetzt nochmal um. Und jetzt wird das mit unserem Pianz-Siel abgelöscht. Da darf man auch nicht mit sparen. So. Ich denke mal, wir werden drei Viertel für das ganze Gericht brauchen von unserem Brot. Klassisch nimmt man auch einen Burgunder oder einen Bordeaux aus Frankreich. Aber der Chianti, der ist dem Bordeaux schon sehr nachempfunden. Deswegen ist der auch in Ordnung. So. Das lassen wir jetzt erstmal einkücheln. Ich muss sagen, das sieht jetzt schon sehr toll aus. Wir geben jetzt nochmal ein Schuss Rotwein dazu. So. Und ich habe hier noch Rinderfond. Das sind 300 Milliliter. Die geben wir auch noch dazu. Wir reiben noch ein bisschen Knoblauch dazu. Ich habe hier eine Zehe. So. Die kann da noch rein. Und dann lassen wir das Ganze erst mal zwei Stunden schmoren. Und gucken, wie es da noch aussieht. Ich hoffe, wir haben dann ganz zartes Fleisch. Ich finde eigentlich, das ist eine der einfachsten Varianten, Bulle zu kochen. Und dann bei mittlerer Spitze schön einkücheln, beziehungsweise schmoren lassen. Ich bin gespannt. Deckel drauf. Und dann sehen wir gleich unser Ergebnis. So. Es sind jetzt eineinhalb Stunden vergangen. Und unser Böf Bouillon köchelt vor sich hin. Sieht schon sehr gut aus. Man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht anbrennt. Es wäre eben bei mir fast soweit gewesen. Also zwischendurch ruhig mal umrühren und reingucken. Aber wir haben jetzt auch noch was anderes vor. Denn für unser Böf Bouillon brauchen wir auch noch Schalotten, Champignons und Speck. Und ich habe hier in meiner Pfanne Butter. Die werde ich jetzt hier auslassen. Und dazu kommen gleich meine Schalotten. Die werde ich dann nämlich ein bisschen karamellisieren lassen. Die Schalotten kommen hier rein. Ich habe die auch so schön ganz gelassen. Das sieht auch nicht. Dann ein bisschen schöner aus auf meinem Teller. Und darüber kommt jetzt Zucker. So. Gut. Zwei Prisen Zucker. Und das wird jetzt hier ein bisschen karamellisieren. So sehen die jetzt ganz voll aus. Und die kommen jetzt hier an die Seite. In eine Schüssel. Das Fett kippt ihr bitte weg. Aber die Pfanne brauchen wir gleich noch. In diese Pfanne kommt jetzt unser Schweinespeck. Den lassen wir jetzt hier aus. Ich darf auch eine schöne Farbe annehmen, unser Schweinespeck. Und dann bereiten wir derzeit irgendeinen Teller vor mit einem Küchenkuh. Und da werden wir den dann gleich abtopfen und auflegen, wenn er fettig ist. Unser Speck sieht auch ganz toll aus. Und wie gesagt, der kommt jetzt hier auf dieses Küchentuch. Und dann kann er nämlich schön sein Fett auf dem Küchentuch lassen. Die Pfanne brauchen wir jetzt natürlich noch einmal für unsere Champignons. Die haben wir hier. Die kommen jetzt hier rein. Und die werden wir jetzt auch hier einmal schön leicht anbraten. Und dann sind die auch gleich fertig. Unsere braune Champignons sind jetzt auch fertig. Ich weiß nicht, aber ich finde irgendwie braune Champignons sind nicht. Man könnte auch Steinfitzel nehmen. Wäre natürlich noch voller. Gab es aber leider nicht. Deswegen heute braune Champignons. So, die sind auf jeden Fall auch fertig. Und kommen an die Seite. So, Leute. Zwei Stunden sind jetzt vorbei. Und ihr müsstet jetzt gucken. Wenn euer Fleisch jetzt zerfällt, so wie bei mir, dann ist es perfekt. Man kann das hier sehen. Es ist sehr weich. Ganz toll geworden. Und ihr holt jetzt die großen Stücke Fleisch aus eurer Soße. Denn daraus machen wir jetzt noch eine Deluxe-Soße, sage ich mal so. Das ganze Fleisch muss hier raus. Wir geben jetzt das Ganze hier durch ein Sieb und werden es passieren. Und dann haben wir eine ganz tolle Soße. So. Schön durchdrücken. Auch die Möhren und die Zwiebel. Und ihr seht, da unten ist das Gold und unsere Soße. Unser Böf Bourguignon ist jetzt fertig. Und wir können unseren Teller anrichten. Und dazu werde ich jetzt hier unsere Fleischstückchen drauf trappieren. Man sieht auch, wie schön weich das Fleisch ist. So. Dann kommen dazu natürlich unsere Zwiebeln, unsere Schalotten, die wir so schön karamellisiert haben. So. Ein bisschen von unserer tollen Soße. Würde ich mal sagen, das sieht sehr, sehr lecker aus. So. Unsere Champignons. Und natürlich nicht vergessen, unser Speck. Und jetzt haben wir ein ganz tolles Böf Bourguignon, wo wir natürlich auch noch ein bisschen frisch gehackte Pilztasse hier drüber geben. So. Und dann würde ich mal sagen, das sieht doch mal richtig lecker aus, oder? Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben heute hier unser Böf Bourguignon gekocht. Ich bin ziemlich begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und dann? Untertitelung des ZDF, 2020